ähm, ist das jetzt immer, wenn ich eine falsche Antwort gebe, dann geht er mal weiter an die Wohnung, oder was? äh, sieht aus wie ein verdammter Tornado ran durch hier. Es muss sein, dass du zehn Menschen mit dir gehst. Mehr. Hm. Just passend durch, oder? Du bist hier schon ein bisschen. Hey, hörst du, Kind. Ich hoffe, du bist nicht einer dieser Nutz, die nach nach nach. Hey, yo. Just passend durch, gehen nach. A whole lot of people headed that way lately. Me, I don't get it. It's just as much as nothing up there as there is down here. Messer nehmen, komm. Perfickte Scheiße. Ich nehme es da drüben, äh, hm. Oh, I'll take it. Alter. Verpiss dich. Der ruckst du schon sehr um. Der ruckst dich so sehr um. Der ruckst dich so sehr um. Boah, geh raus einfach, mann. Ich habe nichts gehört, das ist wahrscheinlich nur der Wind. Niemand ist hier. Wissen, dass ich dich schon früher aus dem Haus gekriegt hätte, oder ob der... Foto machen. Woher kennst du sie? Die sind meine Freunde, ich weiß wovon du sprichst. Peter, sie haben mich eingesperrt, worauf es hier heißt. Wenn Leute dich nicht vertrauen, wie kannst du sie vertrauen? Ich glaube, ich habe dich lange genug verletzt, dass ich mich nicht verletzen kann. W-w-warte, wer bist du? Du hast ein wirklich guter Tag, jetzt. Hm. Okay. Na, weil du gerade sahst, dass die Übersetzung Walker zu Streuner... Wir müssen die anderen finden. Wir können nicht außerhalb gehen. Clementine. Sarah. Du warst mit Nick, oder? Wir müssen ihn finden. Ein Mann war hier. Was? Was hat sie gesagt? Niemand kam in den Kabin. Was? Clementine sprach mit ihm. Und du öffnest die Tür für ihn? Was warst du, Rebecca? Ich warst mit mir reingekommen, ich habe die Tür nicht gedacht. Ähm, ähm, was hätte ich tun? Was hätte ich tun? Ich hab dir gesagt, nicht die Tür für niemanden öffnen. Hat er sein Name gesagt? Hat er gesagt, was sein Name war? Vielleicht nicht er. Du wirst nicht wissen, wer es war. Warum ist das so wichtig? Hat er sein Name gesagt? George? Ich hab keine Ahnung. Er hat nichts gesagt. Er hatte eine tiefe Stimme, er trug einen braunen Mantel, er hatte einen Schnurrbart. Er hatte einen... ...hattetuch. Wie? Ich weiß nicht. Ein bisschen tief und schrattig. Er hat über dich gesprochen, Vater. Du wirst niemanden nicht verhören, oder? Natürlich nicht, Sarah. Dein Vater ist der schönste Mann, den ich weiß. Ich weiß nicht, warum er nichts verrückt wird. Oder nicht schönes. Genau? Du wirst wissen, dass sie schlechte Leute sind. Sie machen oder sagen nichts, um uns zu verhören. Was denkst du? Er wird zurückkommen? Er hat ein Bild von mir gesehen. Ein Bild? Was hast du gemacht, um Bilder zu nehmen? Carlos. Was? Ich habe das Bild. Es ist meine Schuld. Es ist meine Schuld. Es ist meine Schuld. Es ist meine Schuld. Sarah. Er... Er war schrattet. Wir haben Glück. Er hat uns nicht erwartet. Er hat uns nicht erwartet. Clementine hat ihn überrascht. Sie hat nicht da gewesen. Er war nicht da. Er war zu smart, aber er wird wieder mit dem Rest. Wir haben nicht viel Zeit. Er ist richtig. Jeder, pack auf. Wir gehen jetzt. Alvin, warte! Oh, habt ihr ihr Lager verlassen? Was will er? Wohin gehen wir? Aber es wird okay. Lass uns einfach deine Dinge holen. Und was will er? Um uns zurück zu bringen. Clem. Ich weiß nicht was er dir gesagt hat, aber William Carver ist ein gefährlicher Mann. Er ist der Leiter eines Camps nicht weit von hier. Und er ist sehr smart. Wir waren glücklich, zu weg. Schau. Ich bin sorry, dass du dich involvieren. Aber jetzt, dass er dich gesehen hat, und du bist sicherer mit uns. Wir müssen weg. Schau, wir müssen Nick nachher finden. Du weißt, wo er war, oder? Ja. Alles klar. Allein holen deine Sachen. Lass uns den Weg gehen. Ja. Pff. Das gehört aber drauf an. Jede Gruppe nennt die anders. Was ist Carver? Ja. Was ist Carver auf dem Weg? Wie ist Carver auf dich? After me? Oh, du meinst uns? Es ist eine lange Geschichte. Er hat einen schweren Moment zu lassen. Ich weiß, dass du dein gut gemacht hast. Du weißt, dass wir uns nicht machen würden. Manchmal ist es schwer, zu wissen, wie viel ich auf alle bin. Ich bin nicht verwendet. Ich bin nicht mit dem Wissen. Ich sollte bald sein Mutter sein. Ich denke, ich muss auf meine Patienten arbeiten. Alvin und ich noch nicht wissen, was sie nennen. Oder ihn, wenn der Mann seine Wille bekommt. Gott, hilf mir. Any ideas? Clem? Da. Das ist, wo wir waren. Dude. Dude. Nick. Ich bin Beißer gewöhnt. Geh die Tür. Okay, mal schauen. Dann. ака. Jh., Jesus. Hey, Mann. Hast du einen Aspirin? Nick, du Scheiße. Pete ist tot. Ich weiß, Mann, ich weiß. Wir müssen weitergehen. Kannst du das machen? Ja, ja. Let's go. Cool. Hat überlebt. Hey, Clem. Ich wollte nur sagen, danke, wir haben nicht auf mich gebeten. Das wird Pete uns leid. Vergiss es, das nächste was hältst du. Ja, danke. Ich könnte mich mit uns kommen. Ich bin der Schmerz. Ich bin der Schmerz. Das war die erste Mal nicht. Aber Pete war seine letzte Anker. Ich habe über das Kind. Ich bin mir vor. Ja, ich komme mit euch. Ich muss Krista suchen. Ich habe keinen anderen Auto, den ich gehen könnte. Es wird okay sein, aber wir müssen jetzt weitergehen. Es ist unsere einzige Wahl. Fünf Tage später. Aber habt ihr eigentlich gemerkt, die Stimme am Anfang, die sagt hier, Fortsetzung, bla bla bla, oder letzte Folge, das ist die von Lee, vom ersten Teil, ganz übernommen, beziehungsweise Copy-Paste. Okay, was haben wir denn eigentlich noch? Ich gucke erstmal rum. Das ist ja bloß der eine Punkt. Oder? Ne, hier. Okay, dann ist das doch nicht nur der eine Punkt. Was haben wir denn da? In Höchstil. Es ist ganz klein. So, ja, da bleibt ja bloß noch das eine hier. Oder? Ich will nochmal gucken. Ja. Hausbrücke. Lift und Ski-Hitter. Okay. Dann sind wir ein Böden. Das ist ein Bier. Wie sieht es? Es ist großartig. Das ist so, wie ein guter Ort warst du mal. Wir müssen die Brücke überraschen. Los geht's! Hold on, jetzt. Wir können nicht überraschen, okay? Wenn wir da sind, werden wir verraten. Gehen nach dem Meer wird zu lange dauern. Genau, aber wir haben keine Ahnung, wer da ist. Ich werde überraschen und sicher, dass es klar ist, bevor wir die ganze Gruppe überraschen. Du denkst, die Gruppe überraschen ist eine gute Idee? Ich habe nie gesagt, dass es eine gute Idee ist. Aber es ist besser, als zu riskieren, dass alle alle. Was ist dein Plan? Clementine, ich kann langsamer und langsamer fahren. Und sicher, dass niemand auf der anderen Seite wartet. Wir haben einen schwierigen Zeit, dich von hierher zu befinden. Wir werden einfach zurückziehen, wenn es schwer wird. Clementine sollte hier bleiben. Sie ist... Sie ist was? Sie ist eine wertvolle Frau. Sie ist eine wertvolle Frau. Ich bin in der Höhe. Wenn sie ihre eigene Arme aufbauen, ist sie fit, um eine Brücke zu crossen. Ich kann es machen. Siehst du? Kein Problem. Es wird alles gut. Okay, wir sehen uns in 10 Minuten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich kann auch gehen. Du bleibst mit der Gruppe? Ich bin gut, Luke. Ich mag das nicht. Ja, wenn's die letzte Mal, dass du etwas magst, Carlos? Wenn etwas passiert, werde ich dich schützen. Komm schon. Hey. Sorry about that. I just could really use your eyes and right now I don't trust Nick to tie his own shoes. They're just still on edge after the Carver thing. It's been five days. Why would Carver still be following us? What's the most important thing in this world? What does everyone want? Even the gangs. Now what do you think they're all after? Family. It's a tough world out there without people you can trust. Anyways, you can ask Rebecca. Okay? I'm not gonna get in the middle of it. We've all made mistakes. We've all made mistakes. We've all made mistakes. It's not my place to talk about someone else's past now. It seems like we're already in the middle of it. Tell me about it. Okay, we're now at the bridge. Hm. Can't shoot them. Too much noise. There are only two. Let's take them. I like your style. I'll take the big one. You get short. I wish we could use guns. I think. Got it. I'll take the small one. Good. Let's do it. It's a small one. The big one is a small one. You're getting a small one instead of someone coming up. You got Im Schuppen? Achso, im Schuppen, ja. Ja, genau. Ja, komm. Okay, jetzt geh ich auf die Brücke. Ich muss ja sagen, am Anfang, die Rückschau, war ja das Wichtigste weggelassen, dass mich der Hund gebissen hat. Das wurde zwar erwähnt, aber der Hund, dass er mich gebissen hat, das war ja so das Wichtigste in dem Part. Es ging ja darum, vom Hund gebissen oder nicht. Vertrauen, blablabla. Aber das haben sie nicht gezeigt. Aber egal. So, jetzt hab ich den Flieger, aber nicht. Geil. Über die Brücke. Hä? Äh, von hinten kommt noch, eller? Aber, aber, aber. Shit. Aber, 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 aber. Okay, ähm. Ja, super. Äh. Ach, Mensch. Ähm. Nein. Ja, eins. X, 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 X. Dreieck. Gut, gerne. Whoa, 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 whoa. Ach, das war jetzt so ein ganz kurzer Moment, oder hab ich das jetzt? Das war doch jetzt bis ein ganz kurzer Moment, der Fail, oder? Bin ich bloß, komm ich im Stream. Ich bin halt bescheuert. Das war jetzt wirklich nur ein minimaler Moment, wo ich den Pfeil hätte drücken können. Ich muss jetzt im Stream gucken, ich kann nicht weiter laden. Ja, da ichsel ich gerade im Stream. Dreieck. So. Ach nee, da strich der Stand schon eine ganze Weile drüber. Ich hab das nicht gesehen. Okay. Ja. Ich probiere mal den hier zu hören. Ich hab wieder R2 gedrückt. Okay, das spielt keine Rolle. Ich bin jetzt R2 oder A1 drin. Ach Mensch, ich hab den scheiß Strich wieder übersehen. Alter, das gibt's doch gar nicht. Bin ich so bescheuert oder was? Ey, boah, bin ich sauer. Boah, ey, das geht mir jetzt gerade auf. Ich bin so behindert. Ich bin so dumm. Boah, und blind noch dazu. Boah, legt mich das auf. Ich bin so dumm. Boah. Ey, Mann. Ich guck hinten, aber ich peil's nicht dazu drücken. Ich werd langsam alt. Eindeutig. Zu alt. Ja, bitte. Und bitte. Vielen Dank.